Dr. Karl Theodor zu Guttenberg folgt den Spuren von Wladimir Putins Macht. Er versteht den russischen Präsidenten wie kaum ein anderer, aber kann Guttenberg Putins Eroberungen stoppen? Das besprechen wir heute im Posaune Podcast. Putin hat die Geschicke des größten Landes der Welt mehr als zwei Jahrzehnte lang bestimmt. Er hat Staatsoberhäupter der Welt getroffen und getäuscht. Er hat Gegner vergiften lassen und einen heißen Krieg angezettelt. Er selbst hat dafür gesorgt, dass Millionen von Menschen leiden, die Wirtschaft ins Wanken gerät und Nationen an Atomkrieg befürchten müssen. Dennoch ist Wladimir Putin für viele ein unerklärliches Rätsel. Der ehemalige Verteidigungsminister Guttenberg versucht ihn in seiner Doku-Tainment-Präsentation auf den Spuren der Macht zu entmystifizieren, die am 30. November im Streaming-Network ATL Plus veröffentlicht wurde. Die Präsentation beginnt in der ukrainischen Stadt Butscher und zeigt die Zerstörung, die der jüngste Einmarsch Russlands angerichtet hat. Immer wieder blendet der Film auf diese Szenen des Grauens zurück. Guttenberg interviewt den Kiewer Bürgermeister Vitele Klitschko und seinen Bruder Wladimir. Im Gegensatz zu vielen anderen, die die Zerstörung besichtigt haben, nimmt sich Guttenberg Zeit, um mit denjenigen zu sprechen, die ihre Häuser und Familienangehörigen verloren haben. Eine ukrainische Frau erzählt, wie sie ihren Sohn verloren hat, während Guttenberg zuhört, bewegt von dem Schrecken, der für Tausende zur Realität wurde. Ebenso bewegend war sein Gespräch mit Marina Litvinenko, deren Mann in London an radioaktivem Polonium starb. Guttenberg war, wie er selbst anmerkt, einst Deutschlands berühmtester Politiker. Er hat seine Erfahrungen mit der Macht und mit den Mächtigen der Welt gemacht. Heute aber sieht er sich als jemanden, der nach Antworten sucht. Wer ist Wladimir Putin? Wie ist er zu dem grausamen Mörder geworden, der er heute ist? Um diese Fragen zu beantworten, hat Guttenberg nicht nur Putins Leben studiert, sondern auch mit ehemaligen und aktuellen Politikern, einem Putin-Biografen, Journalisten, ehemaligen Mitarbeitern des US-Geheimdienstes, Aktivisten, Experten verschiedener Fachrichtungen, vor den Gegnern und den Opfern seiner Grausamkeit gesprochen. Viele der Befragten waren Guttenbergs persönliche Freunde. Während Guttenberg erzählt, wird der Zuschauer in die Anfänge von Putins Machtübernahme zurückversetzt und dazu gebracht, seine heutigen Grausamkeiten zu verstehen. Man erfährt von Putins KGB-Vergangenheit, seiner Zeit in Ostdeutschland, dem tiefen Hass seines Vaters auf das deutsche Volk und Putins Traum, das untergegangene Sowjet-Imperium, wieder auferstehen zu lassen. In diesem Zusammenhang erscheinen auch Putins erste Rede im Deutschen Bundestag, die er auf Deutsch hielt, seine Treffen mit deutschen Politikern und seine Handelsbeziehungen mit Deutschland in einem neuen Licht. Im Rückblick wird deutlich, dass viele in Deutschland auf Putins Täuschung hereingefallen sind. Über die Jahre hinweg hat Deutschland enge Beziehungen zu Russland aufgebaut. Politiker reisten oft hin und her, begleitet von einer Anzahl von Wirtschaftsführern. Deutschland ist von russischem Gas abhängig geworden, eine Abhängigkeit, die zum Teil die aktuelle Krise ermöglicht hat. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder sagte, wir brauchen Gas und Russland braucht das Geld. Gutenberg war eine der wenigen Stimmen, die in Bezug auf Putin Alarm schlugen, als der Großteil der Welt noch schwieg. Er und Garry Kasparov schrieben 2014 einen Artikel mit dem Titel In der jüngsten Präsentation stellt Gutenberg fest, dass die in diesem Artikel enthaltene Warnung ignoriert wurde. Sein Freund, der weltberühmte Schachmeister und Putin Gegner, versucht dann diese Realität im Rückblick zu erklären. In der Posaune wurde ihre Warnung jedoch nicht ignoriert. Chefredakteur Gerhard Flury schrieb damals darüber und stellte fest, der Artikel zeigte, dass Herr Gutenberg sich der ehrgeizigen Ziele Russlands sehr bewusst ist. Er beobachtet Moskau sehr genau, genau wie ich gesagt hatte, dass einsichtige europäische Führer dies tun würden. Gutenberg kann sehen, dass Amerika auf dem Rückzug ist. Das ist die Hauptursache für das Führungsvakuum, von dem er spricht. Amerika ist nicht mehr in der Lage, echte Stärke zu zeigen. Er schlägt also eine andere Lösung vor. Gutenberg sagt, Putins Tyrannei bedeute, dass es für Europa an der Zeit sei, etwas zu unternehmen. Putin hat erreicht, was keine Bitten des US-Präsidenten oder anderer europäischer Politiker bewirken konnten. Deutschland hat endlich die Führung einer schwierigen außenpolitischen Frage übernommen. Russlands Verhalten gegenüber der Ukraine könnte für Europa eine Gelegenheit sein, seiner Außenpolitik geschlossener und effektiver zu werden. Guttenbergs jüngste Präsentation hinterlässt den Eindruck, dass unsere westlichen Führer ohnmächtig zusehen, wie Putins Traum und der Wiederherstellung der Sowjetherrschaft langsam Möglichkeit wird. Guttenberg beendet seine Präsentation jedoch mit der Aussage, dass sich die Ohnmacht des Westens ändern kann. Das wirft die Frage auf, wer wird diesen Wandel herbeiführen. Sicherlich gibt es einige mutige Personen, die sich Putin entgegenstellen. Aber wer kann verhindern, dass künftige Anführer in Putins hinterlistige Fallen tappen? Eine veränderte Zukunft würde sicherlich eine veränderte Führung oder zumindest eine veränderte Denkweise erfordern. Sie würde mehr Einsicht und ein besseres Verständnis von Putins Machtpolitik erfordern. Sie würde genau das Wissen und Verständnis erfordern, das Guttenberg in seiner jüngsten Präsentation gezeigt hat. Guttenberg hofft vielleicht, dass seine Präsentation dazu beiträgt, einen Gesinneswandel einzuleiten. Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass die derzeitigen Politiker zu sehr im Hier und Jetzt gefangen sind, um jemals einen solch drastischen Wandel zu akzeptieren. Hinzu kommt, dass fast alle Informationen über Putin in irgendeiner Form bereits zuvor präsentiert wurden, jedoch wenig dazu beigetragen haben, westliche Politiker davor zu bewahren, Putins Falle zu tappen. Aus rein journalistischer Sicht mag Guttenbergs Präsentation keinen Durchbruch Verständnis von Putin darstellen. Aber sie zeigte etwas anderes. Guttenberg versteht Putin. Guttenbergs Ruhm könnte nicht nur mehr Menschen erreichen, Guttenberg könnte dieses Verständnis nutzen, um die Politik selbst zu verändern. Die Bibel offenbart, dass Deutschland einen Anführer bekommen wird, der schlauer und einsichtiger ist, als die große Mehrheit der heutigen Politiker. In Daniel 8, Vers 23 lesen wir, Wie Herr Flury erklärt, ist diese Schriftstelle eine Prophezeiung für unsere Zeit. Und wir haben Grund zur Annahme, dass sie auf Guttenbergs Zukunft zutreffen könnte. Herr Flury schrieb im Jahr 2019, Zitat, Obwohl er nun schon seit einigen Jahren aus der Politik ausgeschieden ist, ist K.A.T. zu Guttenberg genauestens in das Weltgeschehen informiert. Er besitzt beeindruckende politische, wirtschaftliche und militärische Kenntnisse, schreibt häufig Artikel und gibt einigen der größten Nachrichtenagenturen Amerikas und Europas Interviews. Guttenberg ist in vielerlei Hinsicht brillant. Herr Flury hat ähnliche Vorhersagen gemacht, seit Guttenberg die politische Bühne betreten hat und selbst nachdem er in Ungnade gefallen war. Auch wenn er nicht mehr im Amt ist, hat Guttenberg ein umfangreiches Wissen in den Bereichen Wirtschaft, globale Beziehungen und Machtpolitik angesammelt. Er hat in der ganzen Welt Kontakte zu Wirtschaftsführern, Regierungsvertretern und einfachen Bürgern geknüpft. Mit jedem Jahr, das vergeht, hat er sich mehr und mehr die Referenzen angeeignet, die nötig sind, um diese Prophezeiungen zu erfüllen. Auch wenn wir nicht sicher sein können, ob er die Zukunft Europas verändern wird, ist es unerlässlich, seine Schritte im Einklang mit den biblischen Prophezeiungen zu verfolgen. Lesen Sie dazu Herrn Flurys Artikel, ist K.T. zu Guttenberg dabei, an die Macht zu kommen. Putins jüngster Angriff auf die Ukraine ist ein Zeichen dafür, dass die Erfüllung dieser Prophezeiung nahe ist. Was Wladimir Putin tut, hat eine so folgenschwere Auswirkung, stellte Herr Flury 2014 fest, es entwickelt sich zu geschichtsverändernden Ereignissen. Wir müssen Europa weiterhin beobachten und sehen, wie Einzelpersonen wie Herr Guttenberg darauf reagieren. Das Weltgeschehen bewegt sich in diesen Tagen wie ein Blitzschlag. Wir müssen uns bewusst sein, was passiert. Obwohl der Artikel von Herrn Flury aus dem Jahr 2014 stammt, erklärt er Prophezeiungen für unsere Zeit. Er hebt ja tausend alte Bibelstellen über zwei Schlüsselpersonen hervor, die in unserer Zeit aufeinander prallen werden. Eine dieser Personen baut sein Reich aus, so wie es in den Prophezeiungen vorhergesagt wurde. Die andere steht kurz davor, als Antwort darauf aufzusteigen. Beobachten Sie Guttenbergs Aufstieg und lesen Sie, ist K.T. zu Guttenberg dabei an die Macht zu kommen, um mehr über diese erstaunlichen Prophezeiungen zu erfahren. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Mein Name ist Josué Michels. Fragen und Kommentare können Sie gerne an info.dieposaune.de schreiben. Bis zum nächsten Mal.